Hallo bei Tewino, heute sind wir in der Pfalz bei Lukas Kraus, Vorsicht geiler Wein. Warum ich Winzer geworden bin, ist eigentlich mehr oder weniger ein Zufall. Man könnte zwar vermuten, dass ich aus einem Weingut stamme und dann da reingeboren wurde, aber der primäre Gedanke war mit der 10. Klasse die Schule abzubrechen. Und da wollte ich dann, und dann war Weinbau dann doch naheliegend oder aus purer Faulheit am Anfang. Man muss natürlich ganz klar differenzieren zwischen Winzer sein und selbstvermarktender Winzer. Das Schöne am selbstvermarktenden Winzer ist natürlich, dass man sich, seine Persönlichkeit, im optimalsten Falle ohne zu verstellen, in eine Flasche packen kann und das dann eben zu verkaufen kann. Und das verkaufen Sie können, das mag ich eigentlich so daran. Weil ich bin ein relativer Querkopf mit so einer Jugendzeit, 15, 16, viel angeeckt, wenig gesellschaftskonform gewesen und ich fand es eigentlich eine schöne Art, sich dahingehend irgendwie auszudrücken. Sein Ding zu machen. Der Mann mit Hut ist laut, trinkt gern und versucht, viele Dinge vom Grund auf erst mal komplett anders zu machen, als das andere machen. Es kann sein, dass er hinterher feststellt, okay, es hat einen Grund, warum die anderen das so machen und nicht so gemacht haben, wie du es jetzt ausprobiert hast und rudert dann auch mal ganz gern wieder zurück. Aber vom Prinzip her erstmal versuchen, so anders wie möglich zu sein. Ich wollte andere Begrifflichkeiten für Weine verwenden. Ich hatte irgendwie die Schnauze voll von weißen Tischdecken und hochtrabenden Palaver über Attribute und was für ein Kram. Ich fand geil, muss einfach als Attribut für einen Wein lang. Es ist ein Lebensturm. Das heißt also, es soll helfen, Nützlingen sich anzusiedeln und Lebensraum wieder zu schaffen. Wir sind ja in einem Weinberg, was ja eben größtenteils Monokultur ist und schon seit Jahren, wo einfach dann gewisse Nischen geschaffen werden müssen. Ich möchte, dass ich Bienen ansiedeln, ich möchte, dass ich Schlupfwespen ansiedeln, auch natürliche Gegenspieler von gewissen Raupen oder Faltern, die uns im Weinbau Probleme bereiten. Aber an sich will ich einfach auch ein Zeichen sein, dass wir einfach ein bisschen mehr auf unsere Umwelt achten sollen, mit der wir arbeiten dürfen. Als ich angefangen habe, haben wir sehr viel umstrukturiert. Das heißt also, viele alte Weinberge rausgerissen und viele neu gepflanzt. Das heißt also, die meisten Weinberge in unserem Betrieb, mit denen bin ich tatsächlich eingestiegen in das Ganze. Und lieber auf den ersten Blick, genau, lieber auf den ersten Blick. Ich war für zwei Wochen mal für ein Praktikum in Österreich, in der Wachau. Und die Wachau hat natürlich für einen Berliner oder die Wachau identifiziert sich natürlich sehr stark mit dieser Sorte. Und mich hat das wahnsinnig fasziniert, wie eine ganze Region mit dem Kamptal und dem Kremstal außenrum eine Rebsorte so leben kann. Und dann hat es mich natürlich auch von der Aromatik her, vom Typus Wein sehr angesprochen. Sodass, hier haben wir eine Anlage dazu bekommen, wo wir wussten, wir machen die neu. Und dann habe ich gesagt, okay, komm Vater, lass mal probieren. Wir machen mal Weltkliniener, mal gucken, ob es funktioniert. Und dann hat er das dann irgendwie tags drauf, hat er das erlaubt in dem Sinne. Und dann habe ich mich auch gefreut, wie Sau. Also es gibt so, es gibt eine Arbeit, das ist meine absolute Lieblingsarbeit, das kann kein Mensch nachvollziehen, das ist Reben schneiden. Reben schneiden macht man im Winter bei minus 10 Grad. Es ist kalt, man ist allein. Aber ich finde das wahnsinnig spannend. Man schneidet jeden Stock, man guckt sich das nochmal an. Man hat den Wein ungefähr im Kopf, wie er entstanden ist. Man lässt es nochmal Revue passieren. War das gut das letzte Jahr? Was könnte man besser machen? Und es ist kein Mensch draußen. Man hat die absolute Ruhe. Dann macht man eine Reihe hoch, macht eine Reihe runter, setzt sich ans Auto, trinkt eine Tasse Tee, macht wieder weiter. Das ist eine wahnsinns entspannte Arbeit. Und das ist ein absolutes Lieblingsding. Ja natürlich in der Anfangszeit Momente, die stressen. Man arbeitet mit seinem Vater zusammen in einem Betrieb. Es hat jetzt einigermaßen funktioniert, aber es ist ja nicht immer alles Einigkeit. Da kommt man natürlich mal abends heim von der Arbeit und sagt seiner Freund, jetzt hätte ich den Vater heute am liebsten wieder erwürgt, soll er doch gerade seinen Krempel selber machen. Es gibt dann so Phasen im Jahr, wo man dann viel auf Präsentationen unterwegs ist, wo man dann wenig bei der Familie ist und das merkt die Familie natürlich auch. Das sind natürlich dann schon so Phasen, die dann schon stressen. Aber es gehört dazu und man muss es halt einfach im Ganzen nehmen, wie es ist. Na gut, verändert habe ich ja kaum was. Es ist ja so, mein Papa macht ja selbst noch Wein und verkauft ihn auch unter seiner eigenen Linie, unter seiner eigenen Etikettierung, sodass ich quasi neu angefangen habe. Ich habe was Neues angefangen, parallel dazu der ganzen Geschichte. Also Veränderungen in dem Sinn, habe ich keine großen eingeführt, sondern was Neues angefangen. Ich glaube, das war auch der Grund, warum es im Endeffekt dann doch relativ harmonisch abgelaufen ist, weil ich meinen Papa nicht belehrt habe und gesagt habe, das musst du anders machen, sondern ich habe ihn seine Dinge tun lassen und habe einfach mein eigenes Ding nebenher gemacht.